heute machen wir ein what's in my bag der ganz besonderen art ich bin auf den malediven und ich sage dir was ich hier an equipment mit dabei habe das ist eine a7 s3 mit einem tamron 28 75 vorne drauf mit einem tiffen ende filter brauchst du wenn es so hell ist ganz unbedingt dann noch ein video mit also das kleine nicht das pro weil es einfach handy ist für die ganzen wasser action aufnahmen ist wo ist sie denn jetzt hier da haben wir sie eine gopro 10 mit dabei mit einer weit mount um bilder von dir selber zu machen noch so ein el grande stick ist auch mit am start eine ersatz batterie für die flock aufnahmen ist auch eine zv1 mit am start plus noch und das habe ich einfach gar nicht verwendet aber ich habe es trotzdem immer dabei eine funkstrecke so das wär's und ich hoffe das war spannend was nimmst du mit in deine ferien ich würde mich freuen wenn du es mir mitteilt bis dann tschau